Okay. Ah. Au! Wie geht das? Einfach so? Als ob du das nicht weißt, Alex. Einfach nur so, stopp man. Klappe? Ah, doch. Ja. Ein Spiel. Das ist halt geil. Und er passt. Du musst den Alex aber angucken. Ey, hör wieder. Ey. Geht's schon los? Ja. Basketball spielen. Ja. Ja. Ach, das ist ja fast. Verstanden? Ist das ein? Das haben wir sehr oft im Spiel. Wir haben es oft im Spiel. Ja. Turnover. Und wenn er fast ankommt und er auf dem Kopf ist. Ist es? Ja. Äh. 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 Oh, Digger. In der Hot-Touch-Show. Er hat gesungen? Wer gesungen hat? Ja. Äh. Die Atzen. Max Heere. Hey, Alter. Hör zu. Turnover. Digger. Turnover. Das ist eklig. NFL-Show. NFL-Show. In der Halbzeit. In der Halbzeit. Was in der Halbzeit? Ich bin ja nicht, bei der Halbzeit bin ich ja nicht draußen. Oh, Kuro Kuro. Bravo. Die ersten 20 Sekunden. In der Halbzeit-Show, Alter. NFL wird gesungen. NFL? Ich dachte bei uns, Alter. Superbowl hat er gesagt. Ich hab noch Superbowl. Ich hab NFL gesagt. Echt? Junge, Alter. Hab ich dir nicht zugehört? Ja. Am Anfang war ich aber auch echt ein bisschen, boah. Ey. Okay. Ich kann auch nicht. Ich hab drei Pointguards. Drei Pointguards? TJ. Mauro. Tommi. Danke. Ah. 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 Ja, toll. So kann man auch nicht gewinnen. Der Screen-Teil hat in den Kinos. Was? Der Kleine. Bei uns? Der Kleine. Ja. Ein Kinofilm. Ein Kinderschön. Kinofilm. Kinofilm, ja. Der Kleine Yoda. Ja. Ah. In der N.E.A. gibt es nicht. Aber in Aurora dachtest du? Ich versuch zuzählen. Ich kann dir aber nicht ins Gesicht gucken. Ey. In einem Kino penetriert. Ja. Und der andere Seite. Wo ist? Was ist es? Helpseil. Ja. Er ist groß. Jeder von Kürzen hatte Regenschwärzen. Ah, hatte keine Regenschwärzen. Nilo. Nee. Ein anderes Kürzerin. Von uns? Ja. Der Rückenschwärzen hat Miat. Nee, er hatte. Rückenwirken. Könnte ein All-Time-Low sein. Ja. 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 Vielen Dank.